Das sind jetzt diese Tunnel, die die Nazis gebaut haben, um ihre Superwaffen geheim zu halten und zu verstecken. Das ist ein irrsinniger Komplex, also das geht endlos, rechts, links. Die sind jetzt knapp 100 Meter tief im Meer, unter der Erde irgendwo, müssen wir aufpassen, dass man sie nicht verlarvt. Die Idee war, dass die da endlos lange Kanonen bauen und irgendwie sozusagen rauf, durch die Erde durch und dann oben stationieren. Hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Wir sind ca. 150 Kilometer von London weg. Da war der Plan, die da rauf zu nageln. Aber irgendwann sind sie draufgekommen, dass das vielleicht doch nicht intelligent ist. Aber das Tunnelsystem ist irre. Es kann ein bisschen dauern, bis wir da rauskommen. Aber nur, dass man ein bisschen ein Gefühl bekommen kriegt, wie das ausschaut. Also, dass man ein bisschen weiß, dass man ein bisschen weiß, dass man ein bisschen weiß, wie das ausschaut. Also, dass man ein bisschen weiß, wie das ausschaut.